Die Stimme ja so halten, wie sie ist. Und die ist auch geil. Und deswegen gibt es eine Formel, die heißt Whisky. Also ich trinke auf euch. Es ist eine wirklich geile Berliner Hafenfelter. Danke. Übrigens, habt ihr eigentlich Eintritt bezahlt? Bei Ed Sheeran. Komm, ich höre jetzt auf zu mobben. Ist mir schon klar. Ich freue mich einfach. Es ist ein toller Tag, ein toller Abend. Und es ist Zeit für kleine Helden, Tegler-Helden. Also Männer, sie zu, wie ihr klarkommt. Das ist wirklich. Also so ein Abend ist sehr gut, Jungs. Ja, kommt alles. So, jetzt etwas, warte mal, Gitarre kommt weg. Jetzt heißt dir jemand Axel. Ja, heißt du Axel? So. Das ist ein Lied vor zehn Jahren, aber ich finde es einfach geil für Tegel, weil jeder spricht über jenen, aber Axel wird immer nicht erwähnt. Bitteschön, Herr Kapellmeister. Tschüss.